Endlich mal wieder ein neuer Vlog und zwar heute geht es um unser neues Troski Online Club Mobil. Wenn ihr neu dabei seid, vergesst auf gar keinen Fall den Kanal zu abonnieren. Nachdem wir vor zwei Jahren schon relativ erfolgreich diesen Ballerwagen gebaut haben. Und dieses E-Bike. Es war nun an der Zeit ein neues Gefährt zu organisieren und zwar haben wir von einem Kumpel mega günstig ein Golf Caddy mit Straßenzulassung bekommen. Aufgrund des Corona Virus können wir natürlich jetzt keine großen Ausflüge machen, auf die wir uns eigentlich schon jetzt gefreut haben, weil das Ding hat tatsächlich eine Straßenzulassung für vier Personen. Und ja jetzt seht ihr erstmal wie das gute Teil am Anfang aussah. Ja wie ihr gesehen habt jede Menge Arbeit hat auf uns gewartet. Den Golf Caddy haben wir dann neu foliert, bepolstert und noch ein paar Elektronik Specials eingebaut. Und wie der Caddy jetzt aussieht, das seht ihr jetzt. auch ein weiter怎么样es nights vor adventures... ... ... Bis zum nächsten Mal. Wow, und da ist der Caddy frisch aus der Werkstatt. Der Caddy ist auf jeden Fall sehr, sehr geil geworden. Die Folie, mega geile Idee und mega geil geworden. Vielen Dank nochmal an den Carsten. Das Nummernschild haben wir tatsächlich aus New York mitgebracht. Ich finde, das Muster auf jeden Fall hier dran. Und da das Ding ja quasi als Moped versichert ist, brauchen wir auch vorne kein Nummernschild. Sondern nur hinten. Dann haben wir hier oben die zwei fetten Flutlichter eingebaut. Für Nachtfahrten und vor allen Dingen, wenn man mal durch Gelände muss. Und weil es einfach mega geil aussieht. Dann haben wir hier die Sitzbank neu bezogen. Vorne haben wir tatsächlich selber gemacht. Hinten war der Thomas. Vielen Dank an der Stelle an den Thomas. Hier hinten haben wir tatsächlich eine Kupplung für den Anhänger. Und das Beste, das Fahrzeug ist für vier Personen zugelassen. Das heißt, hier hinten können also ganz legal auch nochmal zwei Leute sitzen. An sich war der Caddy relativ günstig. Also wir haben den wirklich für einen mega schnapper Preis bekommen. Allerdings, was richtig teurer war, waren die Batterien. Sechs mal sechs Volt Batterien. Das heißt also, 36 Volt. Die Batterien haben 245 Amperestunden. Und damit kommt das Ding tatsächlich 40 Kilometer weit. Was auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein schöner Lautsprecher. Mit dem man ein paar Döse auch machen kann. Geil. Auf der linken Seite haben wir hier den Zündschlüssel und die Ladeanzeige. Dann hat der Caddy natürlich einen Blinker und eine normale Hupe. Warnblinklicht, Wischwasser, Geschwindigkeitsanzeige und das allerwichtigste, ein Fujitsu MP3 Radio. Vielen Dank an Manu an der Stelle. Hier sehen wir nochmal den Lautsprecher. Und was bei so einem Caddy natürlich auch nicht fehlen darf, immer ein Boom Bag dabei. Okay, das soll es soweit gewesen sein. Und jetzt geht es los und wir haben ein bisschen Spaß mit dem Caddy. So liebe Freunde, jetzt geht es zum ersten Mal aus Filkerrad, also wirklich raus mit dem Caddy. Und zwar, was gibt es schöneres als sonntags entspannt zu McDonalds zu fahren. Wie wir sehen, der Bauch wird immer dicker und dicker. Bald kommt unser Nachwuchs und auch der Gurt passt zum Glück noch gerade so rum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das nächste Elektrogefährt ist auf jeden Fall schon hinten in meiner Werkstatt und wird gerade fertig gemacht. Allerdings wird das eher ein Spielzeug für die Kinder, weil der Nachwuchs kommt ja jetzt hier im Team Trosky Online demnächst. Und dafür brauchen wir natürlich auch angemessene Fahrzeuge. Also vergesst auf gar keinen Fall den YouTube-Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.